Hallo zusammen Freunde, ich begrüße euch zu diesem neuen Collectorsk Video, in dem wir heute eine komplette Displaybox der brandneuen Bundesliga Magitex 2022-23 Trading Cards von TOPS öffnen wollen. Die Produkte dieser Kollektion gibt es offiziell ab dem 16. März am Zeitschriften-Kiosk, aber die ersten Online-Händler verschicken auch schon früher, so dass, wenn ihr die paar Tage nicht mehr abwarten wollt, ihr euch auch vorher schon die neuen Cards sichern könnt. Bevor wir uns den Karten widmen, wollen wir uns kurz die Displaybox anschauen. Ihr seht hier vorne drauf ist schon erwähnt, jedes Booster-Päckchen beinhaltet zwölf Karten und auch in diesem Jahr ruft TOPS für die Booster-Extra-Kollektion drei Euro auf, das ganze also einen Euro teurer als die Booster der Hauptkollektion. Ob man sich damit einen Gefallen getan hat, wage ich mal zu bezweifeln. Mehr will ich dazu aber erstmal gar nicht sagen, sondern werde das am Ende des Videos tun, denn jetzt soll es natürlich erstmal um die Booster-Päckchen und die Karten darin gehen. 24 Päckchen sind in einer solchen Displaybox enthalten, heißt wir schauen uns jetzt also 288 Karten an, da diese Kollektion in diesem Jahr aus nicht mal 200 Karten besteht, wenn wir also die ein oder andere doppelte Karte zu Gesicht bekommen. Kurzer Blick noch auf die Unterseite, da ist das ganze weiß und von oben gibt es zumindest in bildlicher Form den Hinweis, dass es auch wieder möglich ist Karten mit Original-Autogramm der Stars aus den Päcks zu ziehen. Insgesamt 2500 dieser Autogramm Karten hat TOPS auf alle Booster der Kollektion verteilt und hier steht das dann auch Finder Original-Autogramme von deinen Stars. Und dazu haben wir hier noch einen kleinen Einleger, den wollen wir uns natürlich auch mal anschauen, das will ich euch nicht vorenthalten. Normalerweise etwas, was für die Händler gedacht ist, damit diese damit für diese Kollektion werben können. Ihr seht das Ganze in verschiedenen Größen, sodass man das dann entsprechend an der Kasse beispielsweise unterbringen kann. Und auch von der Rückseite ist das ganze bedruckt mit den Produkten, die es zu dieser Kollektion gibt. Die Kartenpäckchen mit zwölf Karten, die wir uns jetzt anschauen werden. Starter-Pack gab es hier auf dem Kanal schon im Video zu sehen. Habe ich euch auch rechts oben nochmal in die Infobox gepackt. Und dann gibt es auch ein Eco-Blister-Pack, den wir uns natürlich auch noch anschauen werden. Der besonders interessant für alle, die die limitierten Karten aus dieser Kollektion sammeln wollen. So, hier ist das Ganze auch nochmal groß. Und nachdem wir das jetzt gesehen haben, können wir unser Booster-Päckchen mal aus dieser Box befreien. Die kommen im edlen schwarzen Design, wie ihr sehen könnt. Alle mit dem gleichen Booster-Motiv. Da hat Tops also nicht variiert. Und der Vollständigkeit halber werfen wir auch nochmal hier einen kurzen Blick auf solch eine Booster-Rückseite. Da steht nämlich drauf, dass wir insgesamt 174 Karten in dieser Kollektion haben. Und in jedem Booster-Päckchen finden wir entweder 2 Saison Superstars oder Club-Logos. Die Bundesliga-Legenden sind in jedem 24 Päckchen enthalten. Und die Limited Edition Cards kann man auch in den normalen Booster-Päckchen finden. Und zwar in jedem 36. Booster-Päckchen. So, wir legen los mit Päckchen Nummer 1 und einem Code für die Matchetex-App. Die spendiere ich euch diesmal alle wieder. Die schnellsten von euch können die dann einlösen. Kann natürlich sein, dass das Ganze erst ab der nächsten Woche funktioniert, wenn die Kollektion offiziell erschienen ist. Die erste Karte aus dieser Box kommt von Borussia Dortmund mit Thorgan Hazard als Kader-Update. Als zweites haben wir Julian Reherson vom 1. FC Union Berlin und damit witzigerweise direkt zu Beginn zwei Karten von Spielern, die schon gar nicht mehr bei diesen beiden Vereinen spielen. Das zeigt also schön, dass Tops hier leider das Wintertransferfenster nicht abgewartet hat und alle Wechsel ab Mitte Januar nicht mehr berücksichtigt wurden. Dann haben wir Joe Skelly von Borussia Mönchengladbach und Ritula vom 1. FC Köln. Dann kommt unsere erste Zweitliga-Karte mit Armit Kutucu von Sandhausen. George Bello von Amina Bielefeld, Kevin Sessa von Heidenheim, Max Besuschkopf von Hannover 96, Janik Keitel von Freiburg, Kevin Vogt für Hoffenheim. Und dann kommen unsere Special-Karten. Zwei, wie gesagt, in jedem Boosterpäckchen. Die erste ist die Saison-Superstar-Karte von Maximilian Arnold. Als fonierte Karte mit so einem leichten Glanzeffekt und dazu gibt es ein feines Hintergrundmuster, das mit einem holographischen Effekt versehen ist. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt hier im Video rüberkommt. Und die zweite besondere Karte ist das Wappen von Hansa Rostock. Alle Zweitligisten bekommen ja mit dieser Extra-Kollektion dann auch ihr Wappen, nachdem in der Hauptkollektion ja nur die Wappen der Erstligisten enthalten waren. So, es geht weiter mit Päckchen Nummer zwei. Und demnächst ein App-Code für euch. Dann haben wir Charles Arangis von Bayer 04 Leverkusen. Timothy Chandler von der Eintracht. Jan Elwidi von Regensburg. Kevin Melem von Darmstadt. Vasiades von Bielefeld. Immanuel Ferrai von Eintracht Braunschweig. Opoko für den 1. FC Kaiserslautern. Wadizek für den KSC. Stalicic von den Bayern. Goresma von Hoffenheim. Und als Special-Karten das Wappen vom SSV Jan Regensburg. Und die Saison Superstar Karte von Niklas Füllkrug vom SV Werder Bremen. Nächstes Päckchen. Nächster App-Code für euch. Und dann haben wir Marius Wolf von Dortmund. Janik Haberer, Union Berlin. Nico Elwidi-Gladbach. Da ist unsere erste Ballverliebt-Karte mit Jonas Hector vom 1. FC Köln. Das haben wir schon im Starter-Pack festgestellt. Ohne großartigen Special-Effekt. Sondern als normale Base-Karten gestaltet. Dann haben wir Ademi von Sandhausen. Juke von der Hertha. Tempelmann von Nürnberg. Hauke Wahl von Kiel. Direkt die nächste Ballverliebt-Karte mit Marius Bülter von Schalke. Und noch eine hinterher mit Ahamada vom VfB Stuttgart. Unsere Special-Karten sind die Saison-Superstar-Karte von Alex Kral von Schalke. Und das Wappen des momentan erfolgreichsten Rückrundenteams der 2. Liga des FC St. Pauli. Im nächsten Päckchen finden wir Ademi von Fernandes von den Mainzern. Da haben wir Berischer von Augsburg. Marco Meierhöfer von Greuther Fürth. Gibber von Regensburg. Jackson Irvine von St. Pauli. Anderson Lukoki von Hansa Vostok. Maximilian Philipp von Wolfsburg. Jean-Luc Dompey vom Hamburger SV. Abdou Diallo von den Leipzigern. Chiaro Dia vom SV Werder Bremen. Dann das Wappen des Hamburger Sportvereins. Da haben wir direkt die beiden Hamburger Vereine hintereinander gehabt. Und als Saison-Superstar Jamal Musiala vom FC Bayern München. So, nächstes Päckchen beginnt mit Jude Bellingham von Borussia Dortmund als Ballverliebt-Karte. Dann haben wir Timothy Fosu-Mentor von Bayer 04 Leverkusen. Dina Ibimbe von der Eintracht aus Frankfurt. Christoph Kramer ebenfalls aus der Ballverliebt-Kategorie. Dann Oskar Williamson von Darmstadt. Anthony Uca, Braunschweig. Kevin Sessa von Heidenheim. Bill Suschkoff von Hannover 96. Jannik Keitel von Freiburg. Und Kevin Vogt von Hoffenheim. Dann Saison-Superstar Ritsu Doan vom SC Freiburg. Und das Wappen der Spielvereinigung Gräuter führt. Unser nächstes Päckchen beginnt mit Sven Michel vom 1. FC Union Berlin. Dann haben wir Soldo vom 1. FC Köln. Matthias Bader von Darmstadt. Maximilian Rohr von Paderborn. Suat Serdar als Ballverliebt-Karte von der Hertha. Dann haben wir Johannes Eggestein vom FC St. Pauli. Moritz Brony Quateng von Magdeburg. Mühling von Kiel. Buna Saar vom FC Bayern München. Kevin Stöger als Ballverliebte-Karte der Bochumer. Dann haben wir das Wappen des SV Sandhausen. Und als Saison-Superstar Daichi Kamada von der Frankfurter Eintracht. Das nächste Päckchen beginnt wieder mit einem Mainzer. Und das ist Stefan Bell. Dann haben wir Keren Demir Brey für Leverkusen aus der Ballverliebt-Kategorie. Die nächste Ballverliebt-Karte mit Elvis Rechbeschei von Augsburg. Dann Christopher Lenz von der Frankfurter Eintracht. Max Christiansen von Gräuter Fürth. Van Drongelen von Hansa Rostock. Choranoff von den Nürnbergern. Paul Nebel vom KSC. Kenan Karamann für Schalke. Den Exel Zagadou Stuttgart. Saison-Superstar Maximilian Arnold von den Wolfsburgern. Und das Wappen von Hansa Rostock. So, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Ist ja schon wieder ein paar Minuten her. Dann hatten wir auch genau die Kombination im ersten Päckchen. Dann geht es weiter mit Thomas Meunier von Dortmund. Florian Dietz vom 1. FC Köln. Lasse Güter von Regensburg. Okoroci von Sandhausen. Jani Serra von Bielefeld. Uremovic von der Hertha. Riedl Baku aus der Ballverliebt-Kategorie. Dann haben wir Kovnacki von den Düsseldorfern. Lukas Kübler von Freiburg. Manuel Baum von Bremen. Das Wappen des 1. FC Heidenheim. Und die Saison-Superstar-Karte vom VfB Stuttgart mit Konstantinos Mavropanos. Dann geht es direkt mit einer Ballverliebte-Karte los. Rani Khedira vom 1. FC Union Berlin. Dann Servan Widmer von den Mainzern. Oskar Fraulo von Gladbach. Matz Pedersen von Augsburg. Julian Justwan von Paderborn. David Nimmet vom FC St. Pauli. Patrick Meinka von Heidenheim. Luis Schaub von Hannover. Janis Blaswig von Leipzig. Dominik Hainz vom VfL Bochum. Saison-Superstar Florian Hainz vom 1. FC Köln. Und zum Abschluss haben wir das Wappen von Hannover 96 im Päckchen. So, dann geht es weiter mit Nadiem Amiri von Leverkusen. Mario Götze von der Frankfurter Eintracht in der Ballverliebt-Kategorie. Dann haben wir Timothy Tillmann von Kreuter Fürth. Amit Kutucu von Sandhausen. Benkovic von Braunschweig. Bello Bielefeld. Erik Durm, Kaiserslautern. Skripski von Kiel. Schupo-Moting von den Bayern. Sebastian Rudi Hoffenheim. Das Wappen des Karlsruher SC. Und Saison-Superstar Giorgino Rütter von der TSG aus Hoffenheim. Unser nächstes Päckchen beginnt wieder mit Thorgen Hazard. Dann haben wir Rajasson, Joe Skelly und Reduda. Das sieht genauso gepackt aus wie unser allererstes Päckchen. Jetzt wechselt es ein bisschen. Matthias Abader von Darmstadt. Jean-Paul Buzius von der Hertha. Jamie Lawrence von Magdburg. Hauke Wahl von Kiel. Tom Kraus von Schalke. Juan José Perea vom VfB Stuttgart. Dann die Saison-Superstar-Karte von der Hertha mit Dodi Luquebacchio. Und das Wappen des ersten FC Kaiserslautern. So, letztes Päckchen aus Stapel Nummer 1. Mit der Ballverliebt-Karte der Mainzer. Und die hat Dominic Elcor bekommen. Dann haben wir Julian Baumgartlinge für Augsburg. Piringe von Paderborn. Jan Elwedi von Regensburg. Simon Rhein aus Rostock. Was ihr alles Bielefeld. Otavio von Wolfsburg. Gavori von den Düsseldorfern. Dominic Schobuschlei auf der Ballverliebt-Karte von Leipzig. Und die von Bremen kommt direkt hinterher mit Marvin Duxch. Dann haben wir noch das Wappen des ersten FC Magdeburg im Päckchen. Und die Saison-Superstar-Karte der Augsburger. Und die hat Raphael Gikiewicz bekommen. So, wir machen uns auf in Teil 2. Und finden erneut Dominic Hoher als Ballverliebt-Karte von Mainz. Auch hier kommt anschließend Julian Baumgartlinge. Dann Matthias Bader aus Darmstadt. Piringe von Paderborn. Böcius Hertha. Simon Rhein. Quarteng von Magdeburg. Mühling von Kiel. Bonassar von den Bayern. Kevin Stöger. Ballverliebt vom VfL Bochum. Das Wappen der Heidenheimer. Und die Saison-Superstar-Karte von Mafropanos vom VfB Stuttgart. So, ich befürchte stark, dass wir jetzt vieles zu sehen bekommen, was wir bereits in Hälfte Nummer 1 gesehen haben. Aber lassen wir uns mal überraschen, ob vielleicht noch das eine oder andere neue dabei ist. Es geht los mit Schatz-Arangis von Leverkusen. Dann haben wir Marius Wolf. Timothy Chandler. Nico Elvidi. Passenderweise hintendran Jan Elvidi. Dann Vasi Yades. Schuhanov. Paul Nebel. Kenan Karaman. Den Exel Zagadou. Saison-Superstar Florian Kainz vom 1. FC Köln. Und das Wappen von Hannover 96. So, ihr merkt schon, eigentlich ist der Bildausschnitt viel zu groß gewählt. Denn das auch etwas, was an dieser Kollektion so ein bisschen enttäuscht. Wir haben gerade mal drei Kategorien mit den Logos, den Saison-Superstars und den Ballverliebt-Karten. Der Rest sind alles die normalen Kader-Updates. So, es geht weiter mit Janne Kammerer vom 1. FC Union Berlin. Jonas Hector aus der Ballverliebt-Kategorie. Ich glaube, wir können jetzt bedenkenlos ein bisschen schneller durchgehen. Melem. Ademi. Ferrai. Jucke. Bitte Baku. Ballverliebt. Kovnacki. Kübler. Bomb. Das Wappen von Karlsruhe. Und Giorgino Uther. Saison-Superstar der Hoffenheimer. Nächstes Pack hier beginnt mit Edmison Fernandes. Dann haben wir nochmal Jude Bellingham, Ballverliebt. Berisha. Dina Ibimbe. Meierhöfe von Fürth. Jackson Irwin von St. Pauli. Meitka von Heidenheim. Louis Schaub. Johannes Blaswig. Dominik Heinz. Saison-Superstar Dodi Luke Baku von der Hertha. Und das Wappen des ersten FC Kaiserslautern. Dann haben wir Timothy Foso-Mensa von Leverkusen. Christoph Kramer. Ballverliebt. Benedikt Gimbe. Lukoki. Anthony Uccia. Erik Durm. Skripski. Schupo-Moting. Sebastian Rudi. Das Wappen von Magdeburg. Und als Saison-Superstar Raphael Gieckiewicz von den Augsburgern. So und dann wären wir doch nochmal überrascht mit einer Limited Edition Card. Und die kommt von Vataru Endo vom VfB Stuttgart. Und das ist die LE Nummer 33. So, das ist auf jeden Fall ein schöner Treffer, da die Limited Edition Cards hier nur in jedem 36. Päckchen drin sein sollen. Und wir in diesem Unboxing nur 24 öffnen. Es geht weiter mit Sven Michel. Dann haben wir Stefan Bell. Nicola Soldo. Elvis Reschbeschei. Ballverliebt. Williamson von Darmstadt. Suat Serdar. Ballverliebt. Jamie Lawrence. Hauke Wahl. Tom Kraus. Peria. Saison-Superstar. Jeremy Fripong von den Leverkusener. Und das Wappen von Holstein Kiel. So, das waren erfreulicherweise doch nochmal zwei neue Special Karten. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wir jetzt nur noch welche ziehen, die wir bereits in Teil 1 hatten. So, weiter geht's mit Kerem Demerbay aus der Ballverliebt Kategorie. Dann haben wir Lenz von der Frankfurter Eintracht. Bader von Darmstadt. Rohr. Eggestein. Van Drongelen. Ottavio. Gavori. Dominik Schoboschlei. Ballverliebt. Marvin Duxx. Ballverliebt. Also auch hier genau die gleiche Reihenfolge wieder. Dann haben wir das Wappen von Eintracht Braunschweig. Und die Saison zu bester Karte von Leipzig mit Christopher Nkunku. So, was uns jetzt eigentlich noch fehlt, ist eine Bundesliga-Legende. Da soll ja eine in 24 Päckchen drin sein. Also eine müssten wir auf jeden Fall finden. Und wir beginnen das nächste Päckchen mit Thomas Meunier. Dann haben wir Florian Dietz. Chris Jansen von Fürth. Dann Lasse Günther. Jani Serra. Rimović. Clement Ludovic Reis vom HSV. Inchenso Grifo. Ballverliebt von den Freiburgern. Luis Mousset vom VfL Bochum. Also doch nochmal ein paar neue Base-Karten. Und sein Teamkollege als Saison-Superstar Manuel Riemann. So, ein Wappen haben wir natürlich auch noch ein Päckchen. Und das kommt von der Arminia aus Bielefeld. So, an einem kleinen Hänger im Bild habt ihr es eventuell schon gemerkt. Da ist leider vier Päckchen vor Schluss das Video abgebrochen. Was ich natürlich aber erst nach dem Auspacken dann gemerkt habe. Jetzt gab es zwei Möglichkeiten, entweder vier neue Päckchen zu nehmen. Oder die vier anhand der parallelen Tonaufnahme wieder einzupacken. Und ich habe mich für das zweite entschieden. Damit wir das Ergebnis aus diesem Display nicht verfälschen. Und ihr genau die Karten zu sehen bekommt, die in dieser Displaybox enthalten waren. Verzichten müsst ihr also jetzt auf das typische Aufreiß-Geräusch. Ansonsten ist in dem Booster-Päckchen jetzt alles genau so wieder eingepackt, wie es ursprünglich auch drin war. Wir beginnen also mit dem App-Code für euch. Dann haben wir Rani Khedira als ballverliebte Karte vom 1. FC Union Berlin. Fraulo von den Gladbachern, Okoroci, Justwan, Nemeth von St. Pauli, Benkovic, Müller, Maximilian Bayer von Hannover. Dann eine ballverliebte Karte, die wir noch gar nicht hatten. Joshua Kimmich vom FC Bayern München. Und gleiches gilt für Dennis Geiger von der TSG aus Hoffenheim. Unsere Special-Karten sind das Waffen des SC Paderborn und Geraldo Becker als Saison-Superstar vom 1. FC Union Berlin. So, dann geht's an die letzten drei. Die beginnen mit Silver Widmer von Mainz. Dann haben wir Amiri, Pedersen, Mario Götze noch mal als ballverliebte Karte. Timothy Tillman, Bello Paredes, Ambrosius vom KSC. Also ihr merkt, da sind doch immer noch ein paar neue Base-Karten dazwischen. Wie beispielsweise auch die von Sepp Vangenberg von Schalke. Dann haben wir noch Luca Pfeiffer von Stuttgart. Saison-Superstar Markus Thüram von den Gladbachern. Und als Wappen im Päckchen finden wir das vom 1. FC Nürnberg. So, vorletztes Päckchen. Beginnt wie unser erstes mit Thorgen Hazard von Borussia Dortmund. Dann haben wir auch hier Joe Skelly, Kutuccio, Matthias Bader, Jean Probitius, Fabian Nürnberger vom 1. FC Nürnberg, Tanaka von Düsseldorf, Lukas Klostermann von Leipzig, Felix Agu Werder Bremen. Das Wappen von Fortuna Düsseldorf. Und der Saison-Superstar der Mainzer und das ist Torhüter Robin Zentner. Und hinten dran kommt sie noch, unsere Bundesliga-Legende, die uns noch gefehlt hat. Und das ist Steven Girondolo von Hannover 96. Eine von zwei Bundesliga-Legenden, die man in dieser Bundesliga-Magitex-Extra-Kollektion finden kann. Und die das gleiche Design haben wie die Bundesliga-Legenden aus den letzten Jahren. Sodass man sich mit diesen Karten auch eine optisch schön einheitliche Extrasammlung aufbauen kann, die nur aus Bundesliga-Legenden besteht. So und dann kommen wir zu unserem letzten Päckchen, in dem uns eigentlich nur noch eine Autogramm-Karte überraschen kann. Denn sonst haben wir glaube ich so nahezu alles gesehen, was uns diese Kollektion zu bieten hat. Wir haben nochmal Raijason im Trikot vom 1. FC Union Berlin. Dominik Chor, mal verliebt für die Mainzer. Undrich Duda, Baumgart-Linger. Pieringer von Paderborn. Simon Rhein. Jan Niklas, Beste von den Haldenhammern. Sonny Kittel vom HSV. Manuel Gulde aus Freiburg. Jan Wula vom VfL Bochum. Saison-Superstar. Gregor Kobel von Borussia Dortmund. Auffällig viele Torhüter bei den Saison-Superstars diesmal dabei. Und unsere letzte Karte kommt vom aktuellen Spitzenreiter der 2. Liga. Das Wappen des Sportvereins Darmstadt 1898. Ja und damit sind wir durch die 24 Päckchen der Displaybox durch. Die letzten 4 dann ohne das typische Aufreißgeräusch. Ich hoffe das war zu verkraften. Aber wenn ich jetzt 4 neue Päckchen genommen hätte, hätten wir wahrscheinlich keine Bundesliga-Legenden-Karte drin gehabt. Und die gehört aber eine Quote von 1 zu 24 auf jeden Fall in eine solche Displaybox. Nicht garantiert hingegen die Limited Edition Card. Da haben wir mit Vataro Endo vom VfB Stuttgart einen schönen Treffer gelandet. Und gespannt sein darf man, ob eine solche Displaybox dann reicht, um die Kollektion jetzt mal abgesehen von den Limited Edition Cards nahezu zu kompletieren. Ganz kann es ja nicht reichen, da man ja 2 Bundesliga-Legenden benötigt und nur eine in dem Display drin ist. Aber zumindest im Bezug auf die Special Cards haben wir glaube ich alle 18 Wappen der Zweitligisten und alle 18 Saison-Superstars der Bundesligisten gesehen. Das ist also mal zumindest eine erfreuliche Sache. Was sich hingegen für mich nicht erschließt, ist die Tatsache, warum Topps die Kollektion so massiv eingeköst hat. Und wir mit den Saison-Superstars eigentlich nur eine wirklich neue Special Card Kategorie in dieser Kollektion finden. Denn die Zweitligawappen sind ja eigentlich nur die logische Ergänzung zu den Erstligawappen aus der Hauptkollektion und haben ja auch den gleichen Look bekommen. Klar, man hat mit den Ballverliebten Karten noch eine ganz neue Kategorie eingeführt, die wie ich finde optisch auch gelungen ist, auch wenn es keine Special Karten sind. Aber irgendwie ist mir das für so eine Extra-Kollektion in Summe zu wenig, gerade wenn man das auch vergleicht mit dem, was Topps als Extra-Kollektion für die europäischen Club-Wettbewerber rausgebracht hat. Hinzu kommt dann der stolze Preis von 3 Euro. Klar muss sich so eine Kollektion wirtschaftlich rechnen, aber inhaltlich, finde ich, kann man für 3 Euro dann doch schon ein bisschen mehr erwarten als das, was Topps uns mit dieser Bundesliga-Magitex Extra 2022-23 Kollektion hier präsentiert. Ja, ich bin, wie ihr merkt, als langjähriger Magitex-Sammler in Teilen da doch enttäuscht von dem, was Topps uns da in diesem Jahr präsentiert, wie euch das geht und was ihr von dieser Bundesliga-Magitex Extra 2022-23 Kollektion haltet, das schreibt jetzt gerne noch unten ins Kommentarfeld. Bin da schon sehr gespannt auf eure Meinung zu den Karts und der Kollektion im Ganzen und würde mich zum Abschluss natürlich noch über euren Support durch einen Klick auf den Like-Button freuen. Wenn ihr die Videos zu den restlichen Produkten dieser Kollektion, so viel ist es ja nicht mehr, es gibt ja nur noch den Blister, nicht verpassen wollt, ihr aber noch nicht regelmäßig dabei seid, dann gönnt euch jetzt noch eins der kostenlosen Kanalabos und verpasst künftig nichts mehr zum Thema Sticker und Trading Cards. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder, bis dann macht's gut, tschüss.